Geschissen, wir gehen jetzt hier hin. Au. Okay, hier hätte sich eh nichts gelohnt. Aber irgendwo hier muss so ohnehin wieder der... Ah, den muss ich mir jetzt markieren, sonst finde ich den nicht. So. Blauer Kristall. Wartet mal. Ist da was? Nein. Gehen wir erstmal durch die beiden Türen, ne? Ah, ich hab dich gesehen. Hey. Das war jetzt irgendwie unspektakulär. Da hinter. Da muss es irgendwo krachen. Okay. Ich hör sie schon. Au. Ach, da oben. Ja, doch. Wichtig. Das. Ja. Aha. Okay. Aha. So ein Stuss. So rum vielleicht. Nein. Hm, was könnte denn schwer genug sein? Hinter uns sind die und das ist saulaut. Nimm mal das wieder. 4,5 Kilo vielleicht. Nee. Okay. Oh. Okay. Okay. Schießen und sofort weg. Nicht schnell genug. Aha. Oh. Der sitzt natürlich. Hallo. Auf. Scheiße. Jetzt erstmal cool bleiben. Ja, wir haben. Au. Wo ist eigentlich unsere Munition hin? Warum treffen die nicht? Was habt ihr mit ihnen gemacht? So. Nummer 1. Der andere geistert hier zwar rum, aber ich brauche meine Munition. Ja, ja. Ich brauche meine Munition. Wo ist die hin? Ehrliche Frage. Wo ist meine Munition hin? Hey. Äh. Au. Mittlerweile one-hitten wir die aber ziemlich. Entschuldigung. Musste mich nur am Ohr kratzen. Hm. Dahinter ist noch jemand. Wo sind die Pfeile? Biberkacke. Klar, wir haben noch die Frostpfeile und so. Die würde ich mir aber gerne für stärkere. Au. Komm her. Oh. Das machen wir erst später. So, wo müssen wir nämlich umdisponieren. Frag mich, was für einen Sinn das bringt. Oh. Hier waren Leute vor mir in diesen Hallen. Aber wenn ich durch diesen Platz gegangen bin, wirkte es, als wäre ich der Erste, der all diese Türen und Knöpfe geöffnet und gedrückt hat. Was? Ah ja, hier müssen Leute sein, die diese Dungeons warten. Okay. Hier nicht. Keinerlei Knöpfe. Ah, und Overburdened. Halt, dann geben wir dir das. Was ist denn das für ein Stab? Energie plus 20. Earthbound. Leider. Wir haben nämlich kein Ding. Schamanenstab. Aber es gibt mehr Energie. Das heißt... Aber äh... Was geben wir dir denn mal? Ich dachte, wir haben dir mehr Stärke gegeben. Jetzt haben alle keinen Platz mehr. Das ist so ärgerlich. Ah, du hast noch ein bisschen... Ja, du kannst noch was tragen. Eine Schriftrolle. Invis... Nicht... Ah, was braucht es denn? Spellcraft 5? Nein. Ah, Luftmagie 19. Leider komplett nutzlos für uns. Ist aber interessant. So, den Rest der Zeit würde ich jetzt gerne dann verbringen. Haben wir hier alles? Ja. Meine Pfeile wieder zu suchen. Da ist das Beil. Weil... Ich hab'n Beil. Da ist einer. Ah, da sind unsere vier, ja. Optimal. Jetzt können wir auch wieder aufleveln. Und zwar... Missile Weapon... Wow. Zwei mit einem Schuss. Naja. Ausweichen. Komm, dass du mehr Lebenspunkte kriegst. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges? Eigentlich nicht. Nö. Machen wir Assassination. Vielleicht hilft dann Back... Nee, Backstabbing können wir nicht machen mit denen, ne? Müssen wir halt auf ein Missile Weapon weitergehen. Einen Dieb in die Party zu bringen, war ohnehin anscheinend eine totale Fehlentscheidung. Ich hätte gedacht, hey... Vielleicht muss man ja wieder so... Weißt schon, Rätsel lösen. Mit... Ähm... Mit verschlossenen Truhen und so. Aber anscheinend ist dem nicht so der Fall. So, wo führt uns das hin? Ich bereite schon mal Zauberspruch vor. Mal schauen. Ich höre einen anderen Teleporter. Was war das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Schalter. Was ist da hinten? So schnell sind wir nicht. Aber? LP, zwei, vier. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen in. Hi. Bisschen geschaut. Hey, da ist was. Was haben wir denn hier gekriegt? Race of Fortitude. Das hatten wir schon. Ja, das hast du ohnehin schon. Verstauen wir. Wo ist hier Platz? Ah. Ach, was... Sind besser. Wiegen zwar mehr, sind auch besser. So, dann einmal. Dann stellen wir uns wieder hier hin. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hallo. Hm, da ist nirgendwo ein Knopf. Ich gucke bloß nach Knöpfen und sowas. Okay. Da hinten ist ein Knopf. Oh, Arschloch. So. Cool bleiben. Warten. Wir haben den Platz. Hallo. Au. Ach, ich vergesse mal, dass die dagegen immun sind. Au. Ich habe nur präventiv schon mal Au gesagt. Jetzt müssen wir die... Genau, die stinkende Wolke hier wegkriegen. Komm her. Komm her. Dummer Depp. Ja, das sind Kämpfe auf höchstem Niveau. Hallo. Au. Chillen. Du bist eh gleich toast. Okay, vielleicht bin ich gleich toast. Oder auch nicht. Bitch. In Ordnung. Ist doch ein schöner Platz zu rassen. Man weiß nie, wovon man geweckt wird. In Ordnung. Muss nervig sein, wenn man hier schläft und die ganze Zeit wunk, 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 wunk hört. Hier sind wir. Bevor wir dahinter gehen, einmal hier hinschauen. Nix. Schauen wir mal, was die Schalter hier bringen. Markieren wir uns gleich mal. Ach, kein... Gehen keine Umlaute. Aber es ist deutsche Tastatur. Nur, nur Umlaute werden nicht akzeptiert. Das nicht. Ah, eins, zwei, drei. Okay. Gehen wir alle wieder nach oben. Warte. Das war richtig. Nichts. Nichts. Aha. Haben wir zum. Vorsichtig. Assassin's Dagger. Haben wir nicht, aber... Wow. Ein erfolgreicher Treffer heilt das... Heilt das... Ähm... Zieht Leben... Zieht im... Na, jetzt komm. Ein erfolgreicher Treffer entzieht eurem Ziel Lebensenergie und heilt euch. Schön übersetzt. Schönes Ding. Leider nix zu verkaufen. Nix wolle kaufe. Tragen wir es so rum. Jetzt haben wir das. Das, das. War's das? Ich denke nicht. Haben wir noch andere Möglichkeiten. Da ist irgendwas aufgegangen. Ach, das ist nur wieder... Hab mich geräuschmässig übertönen lassen. Probieren wir es nochmal. Und zwar... So rum. Na gut. War's dann wohl. Dann würde ich sagen... Im nächsten Video fliegen wir hier durch. Bis dann, Leute. Bis dann. No... 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 Wirailleurs. Vielen Dank.